Was ist an dieser Schriftrolle so besonders? Weil es der Gott der Geheimnisse, wenn ich dir das sagen würde, würde ich sie ja entwerten, oder nicht? Sie lacht. Es ist eine Parabel. Sie nährt dem wissbegierigen Verstand und vergiftet den törichten. Törichten. Es erscheint mir seltsam, dass eine Bande von einfachen Dieben etwas aus einem solchen Ort stehen kann. Grim da schnaubt und schafft die Schultern. Einige Geheimnisse bewahrt Valve selbst vor mir. Ja. Sprechen wir über was anderes. Was brauchst du sonst noch? Erzähl mir etwas über dich. Ich bin die Oberarchivarin der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Sie hustet laut in ihre Faust. Und ich bin zu alt und zu beschäftigt, um sinnlose Fragen zu beantworten. Selbst wenn es nur ein oder zwei sind, kann er seufzt. Ich möchte mehr über Vale erfahren. Ihr Lächeln zeigt eine Reihe schiefer Zähne. Das ist der Haken, nicht wahr? Vale ist der Gott der verborgenen und der offenbaren Wahrheiten. Je mehr man vor den 100 Visionen sieht, desto mehr muss man noch entdecken. Wir nennen Vale zwar oft ihn, der sieht und nicht gesehen wird, doch ist er weder männlich noch weiblich. Nein, er ist ein Blob mit 5000 Augen, ehrlich gesagt. Vale eine bestimmte Eigenschaft zuzuweisen, heißt einen anderen essentiellen Teil seiner Göttlichkeit außer Acht zu lassen. Die 100 Visionen? Ein ehrfürchtiger Name für Vales unzählige Offenbarungen. Trotz des Namens sind sie unendlich. Jede Erleuchtung führt zu einem weiteren Mysterium. Und ich dachte, ich wäre beschäftigt. Leb wohl. Die Parabel von Vale. Ja, das war glaube ich auch nur eine Aufgabe. Eine Gruppe von Dieben hat eine Schriftrolle von Vale aus der Halle der aufgedeckten Geheimnisse in Todsbucht gestohlen. Die Oberarchivarin Grimdar will, dass ich die Liebe aufspüle und die Schriftrolle wieder beschaffe. Grimdar sagte, dass einer der Dieben etwas von einem verlassenen Bauernhof auf dem Weg von Dürfurt gesagt habe. Niemand darf ohne Grimdars Erlaubnis das Ältestenarchiv betreten. Ja, Ältestenarchiv. Schreiben der okkulten Hand. Jonas letztes Tagebuch. Krieg des Heiligen und so weiter. Also ja, damit wären wir mit dem Kupferweg fertig und können ins Urfeuer gehen. Wie das klingt. Wir gehen ins Feuer. Wir werfen den Ring in das Feuer. Zerstört den Ring. Und werfen den Blei an den Schlüssel gleich hinterher. Wobei, ich kann noch in die Schlafquartiere gucken, ob da noch was Interessantes ist. Das Haus da oben, das letzte, was ich gerade ignoriere, war nichts Wichtiges. Soweit ich weiß. Okay, hier steht Koren rum. Und Schreiber. Noch mehr Schreiber. Ja, und hier ist die Küche. Küche und Esszimmer. Sind aber ganz schön wenig. Achso, halt, hier sind ja auch noch Betten. Also, wenn ich es richtig sehe, sind hier sechs. Hier nochmal vier. Sind zehn, sechzehn Betten. Wenn das, oder nee, halt, doch, das sind auch Betten. Bei welchem augenlosen Gesicht bist du ein kurzer Ogo? Aber warum bist du grün? Und wie schaffst du es, dass die Enten so um dich herumfliegen? Äh, lass mich raten, du hast so viel Weißblatt geraucht. Oder bist du irgendwie an Schneekappe gekommen? Er klatscht in die Hände und lacht. Schneekappe, Schneekappe, so wenig Leute kennen Schneekappe. Von Ogan ganz zu schweigen. Er streitet dich an und nickt. Du bist Schreiber? Er nickt. Ja, ich bin Schreiber. Ich lese Bücher und schreibe Bücher. Ich habe einmal ein Buch gegessen, weil es ein wenig aussah wie eine Torte. Oder vielleicht war es eine Torte, die aussah wie ein Buch. Interessant. Oh, oh, ich bin auch Kräutersammler. Blumenpflanze, ich verkaufe sie. Meistens esse ich sie. Er schäme mir vor dem Schlafsaal. Die Schreiber, die in der Halle der aufgedeckten Geheimnisse arbeiten, schlafen da. Ich bin Schreiber. Er schnüffelt. Hier riecht es nach alten Socken. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Also ja. Das halten wir dann fest in unseren Notizen. Jetzt muss ich wieder ewig viele Leerzeichen machen, weil wenn ich einfach Enter drücke für einen Zeilenumbruch. Kupferweg. Blafsaal. Korin. Kräuter. So. Dann kriege ich einfach ein neues Datumsding, was ich doof finde. Also mache ich ewig viele Leerzeichen. Okay. So, jetzt haben wir jetzt Urfeuer. So, im Urfeuer schauen wir uns erstmal nach dem Wurdeca-Tempel um. Nach dem Wurdeca-Tempel. Ah, Justizia. Gemeiner. Okay, Idee unserer Garnirien schon wieder. Du bist aus Goldtalen. Dann bist du deiner Heimat sehr nah. Ah, nah kann ziemlich viel bedeuten. Wenn das alles hier vorbei ist, wirst du bestimmt zurückgehen. Ich weiß nicht, das kommt wohl darauf an. Ich bin hier. Jahrhunderten alten Feuern geschwärzt. Im Hinden einer Wildblumenwiese sieht er wie eine Gedenkstätte aus. Das wird wohl eine Gedenkstätte sein. Wert, Interesse, einzigartige Gelegenheit. Hm. Die Expeditionshalle von Admetz Lager bietet für fähige Männer und Frauen, die ihr Können unter Beweis gestellt haben, eine reiche Auswahl an profitablen Anteuern. Wer Interesse hat, möge sich bei Vennern in der Expeditionshalle melden. Wieder ein Schiff verloren. Ein Valianisch-Hallenschiff ist gegen die gnadenlose Steine gekracht. Keine Überlebenden. Noch immer schlummert Ondras Feuer, seine Türen für alle versiegelt. Die Wasser fordern dieses Jahr viele Seelen. Selbst die wagemutigsten Abenteuer müssen bei Kräften bleiben. Frisches, sättigendes Brot gibt es bei Hemia in Goldtal. Gutes Brot aus dem Dürrwald gebacken. Aus gutem Korn aus dem Dürrwald. Feuchterregende Gerüchte machen die Runde von seltsamen kaputzengewandeten Gestalten, die aus den Katakomben kommen. Die Stadtwache rät zur Vorsicht und bittet alle Bürger, die Augen offen zu halten. Die Besehnungsanhörungen im Palast des Dubslauf dauern weiter an. Es gibt kaum Fortschritte zu berichten. Wir trauen darauf, dass unser guter Dürrwald zu einem angemessenen Weisenden Schluss finden wird. Mhm. Das ist nicht gerecht. Normalen Leuten wie wir sind es... Sollte es gestattet sein, den Anhörungen beizuwohnen. Du weißt schon, dass es hier drin nicht genügend Platz für alle gibt, oder? Das hier sollte der Tempel sein, von dem wer was gesprochen hat. Oder zumindest das, was man von dem üblich ist. Ja, gucken wir noch, was der geisterhafte Pistar... Ein Geist schwebt mitten in der Ruine und sagt Segen und Gebete auf. Selbst als die Geisterform sich verzieht und verdreht, bleibt das Gesicht eines älteren Mahls, so wie Roben, die von Reichtum und Statuszeugen erhalten. Er wendet sich dir zu. Bist du gekommen, um der Königin gewesen war, deinen Respekt zu zollen? Wer bist du? Fürst Ardwellenrug war der dritte angenehm, deine Bekanntschaft zu machen. Ich kam mit einem der ersten Schiffe von Edir nach Dürrwald. Seine trüben Augen flirren vor Abneigung. Und im Gegensatz zu den Bauern, Trampeln und Hüttenbewohnern hier halte ich noch immer an den alten Dingen fest. Es ist wirklich schade zu sehen, wie die Einheimischen mit Wohedikas Gebetshaus angestellt haben. Mir wurde gesagt, dass ich hier den Tempel von Wohedika finde. Und das hast du auch. Die nebelhafte Visage des Gerätses verzerrt sich zu einem finsteren Blick. Für diese Willen, Kolonisten mögen ihn abgebrannt haben, doch die Einbinderin wird weiter angebetet und verehrt. Diese Stufen führen in das wichtigste Heiligtum. Welche Stufen? Diese Stufen natürlich, er zeigt auf einen unzugänglichen Haufen Geröll. Es scheint, als ob der Rest der Ruine über ein Jahrhundert lang unberührt gewesen sei. Das Heiligtum war immer unter der Erde, neben den Katakomben gelegen. Deshalb wurde es nicht von den Feuern zerstört. Sag mir, wo ich einen Eingang zu den Katakomben finde. Es gibt verschiedene Eingänge in ganz Trotzbucht. Ich wage aber zu behaupten, dass sich der einfachste Zugang in Kupferweg befindet. Ich war seit einer Ewigkeit nicht mehr in diesem Teil der Stadt. Doch soweit ich mich erinnere, befindet er sich in der Nähe des Südtoors. Was machst du? Ich bete, wo ich Dika an die verbannte Königin und Eidbringer rede. Ich komme jeden Tag, um meine Andacht zu halten. Sei auch so voll, schwindet in Verwirrung. Ich würde nichts lieber tun, als die Rückfahrt nach Edir zu buchen. Doch der Wunsch meines Kaisers ist, dass ich in diesen barbarischen Ländern diene. Also tue ich das. Er zog mit den Schultern. Ich möchte mehr über Woidika erfahren. Eine Königin unter den Göttern. Sie überwacht Gesetze und Eide. Alles hat einen rechtmäßigen Platz und Woidika wacht über alles. Der Ausdruck des Geistes fühlt sich auf. Natürlich akzeptieren das nicht alle. Selbst unter den anderen Göttern wird ihre Autorität in Frage gestellt. Woidika ist aber auch die Göttin der Erinnerung und Vergeltung und sie vergisst nicht. Der Geist nix langsam. Wenn sie ihren Turm wieder einfordert, wird sie sich an jede Erkränkung und Übertretung erinnern. Du weißt, dass du ein Geist bist, oder? Verzeihung, ist das eine Art Witz aus deiner Heimat? Ich meine es ernst, sieh dich an. Ein Mödenhaus. Das ist, was diese Stadt wirklich braucht. Er schließt die Augen und massiert sich mit dürren Fingern die Schläfen. Ein Irrenhaus, das braucht diese Stadt. Auf Wiedersehen. Sagal, ich schließe zu dir auf. Bist du in Ordnung? Es wirkt fast so, als hättest du eine Minute lang den Halt verloren. Es passiert von Zeit zu Zeit. Fühlt sich so an, wenn ich in den Äther blicke. Mir geht es gut. Ehrlich gesagt, fühle ich mich nicht so toll. Nehmen wir die zwei. Sie beachtet dich still. Du bist wirklich ein Wächter, oder? Einmal in sehr vielen Generationen würde in meinem Volk jemand mit der Gabel geboren, mit den Seen zu sprechen. Normalerweise werden solche Individuen zu ältesten oder zu einsamen Spuren im Schnee. Sie neigt den Kopf zur Seite. Ich glaube, meine Reise würde mir leichter fallen. Könnte ich das sehen, was du siehst? Wenn ich mir dich aber so anschaue, bin ich mir nicht sicher. Nicht mehr so sicher. Ich auch nicht. Glaub es oder nicht. Aber früher hätte ich verlockt, hätte ich gewusst, dass man mich für meine Reise auswählen würde, um in fernen Landen nach etwas Großartigem zu suchen. Aber selbst diese Gaben haben ihren Preis, nicht wahr? Vergib mir, wenn ich deinen Fähigkeiten gegenüber zuvor etwas skeptisch war. Eigentlich habe ich noch nie einen richtigen Wächter gefunden. Oh, um sie... Oh, um sie... Sie mach ich... Mach dir mal keine Sorgen. Von Zeit zu Zeit macht sie das gerne. Ich lasse sie, weil es ihre Laune zu bessern scheint. Nachdem du das ein paar Mal gesehen hast, lässt der Schock nach. Jedes Mal, wenn sie einen leichten, komischen Gesichtsausdruck kriegt, versuche ich, ob ich irgendwas hören kann. Kana grinst. Bislang hat es nicht funktioniert. Versuch mal, ob sie dir erzählt, was die Geister gesagt haben. Ja, erpreise die verbannte Königin. Oh, wir haben Geld eingenommen. Und auch an Banditen verloren. Juhu. Gut. Dann würde ich sagen, ist es jetzt mal wieder an der Zeit zu speichern. Wir haben schon arg überzogen. Das wäre jetzt... Let's play... 009. Speichern. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Bis gleich. Bis gleich.